Erschütternde Aufnahmen einer Überwachungskamera. Vier Polizeibeamte drücken Daniel A. auf den Boden der Bremer Disco Gleis 9. Der Mann ist wehrlos. Doch einem Polizisten reicht das offenbar nicht. Mehrfach tritt der Beamte auf den Familienvater ein. Und er schlägt mit dem Schlagstock zu. Immer wieder. Diese Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen eindeutig, wie brutal die Bremer Polizei in diesem Fall mit einem vermeintlichen Randalierer umgeht. Daniel A. soll zuvor vor der Disco randaliert, gepöbelt haben. Die Polizei, unterwegs auf einer Standardstreife, greift ein und geht mit bis zu sieben Mann auf ihn los. Schließlich drücken sie den Vater von zwei Kindern zu Boden, schlagen und treten weiter auf ihn ein. Erst als er sich nicht mehr wehrt, lassen sie von ihm ab und führen ihn in Handschellen aus der Disco. Später muss Daniel A. mit Rippenprellung und einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.